Vielen Dank. Sie haben zumindest mal kurz die Bremse reingehauen. Die Stimmung scheint sich wieder zu bessern. Die Leute erwarten irgendwie jetzt doch positive Signale aus der Wirtschaft. Es wird wieder hochgefahren. Ist das nachhaltig? Ja, wenn wir das alles so genau wüssten. Corona, Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen. Wenn da jemand wäre, der uns konkrete Zahlen nennt, dann würde es auf jeden Fall ein Aufatmen und auch Durchatmen geben. Denn dann könnte man ja mit konkreten Ziffern arbeiten und sie bearbeiten und eben gegensteuern. Aber genau das haben wir nicht. Und auch das ist nach wie vor nicht absehbar. Von daher bleibt so eine gewisse Uneinschätzbarkeit und eben auch Unsicherheit. Und somit könnte es durchaus auch weiter hier zum ordentlichen Auf und Ab letztlich an den Märkten kommen. Gestern 3,6 Prozent im Minus. Zwischenzeitlich habe ich es mal so ein bisschen flapsig genommen und habe gesagt, also an der Börse weiß man, dass jetzt Mai ist. Sell in May and go away. Also hat gestern auf jeden Fall gepasst. Zum ersten Handelstag. Aber heute nicht. Und ja, aber heute eben nicht, weil wir wieder so ein bisschen was Positives haben. Aber sind wir mal ganz ehrlich, was ist denn wirklich das Positive? Ja, die Ölpreise sind angezogen, aber Konjunkturdaten historisch schwach in den USA. Quartalsberichtssaison zum Teil ja nicht so schlecht wie befürchtet. Die Ausblicke aber ja eher doch auch zurückhaltend, wenn es die überhaupt gibt. Und ein Wiederauflackern des Handelskonflikts zwischen USA und China. Auch das ist natürlich weiterhin im Markt. Und dass das irgendwie komplett unter die Decke gekehrt wird, ja, das hatte man eigentlich so ein bisschen gehofft. Aber nein, dem ist nicht so. Von daher, wir haben neben der Corona-Pandemie schon auch nach wie vor noch andere Baustellen. Die vergessen wir aber heute mal ganz kurz. Das ist ja auch dann immer mal ganz schön. Somit der Dow eben gestern auch dann moderat im Plus mit 0,1 Prozent. Japan und China weiter mit Feiertagen, somit Börse geschlossen. Der Hang Seng 0,8 Prozent im Plus. Und der DAX, der wird relativ deutlich über der 10.600-Punkte-Marke erwartet. Bedeutet also, dass es hier ein Aufschlag von 150, 200 Punkten läuft. Also zumindest erst mal zum Auftakt. Zum Auftakt läuft es. Und dann hoffen wir, dass wir das irgendwie in den Nachmittag mit rüber retten. Dir einen schönen Dank nach Frankfurt. Und wir schauen uns jetzt mal an, was sich denn gestern so abgespielt hat. Also, die Amerikaner gestern nach einem wirklich schwachen Auftakt doch noch irgendwie ins Plus gerettet. Die Hintergründe sind, Kalifornien war ja einer der ersten Staaten, den kompletten Lockdown gefahren haben. Und das sind die, die jetzt schon am Freitag wieder Lockerungen einführen wollen. Und die Idee ist dann natürlich, aha, die Wirtschaft kommt wieder ins Laufen. Die Auswirkungen werden vielleicht weniger schlimm als befürchtet. Natürlich auch ein Teil dieser mehr als 30 Millionen Arbeitslosen in den USA. Die werden jetzt wieder in die Beschäftigung wechseln und können damit natürlich auch wieder konsumieren. Aber das ist wirklich, wie gesagt, auf sehr, sehr dünnem Eis momentan, findet das Ganze statt. Sei es drum, der Markt nimmt es momentan jetzt ganz einfach so hin. Und die Kollegin hat natürlich auch gesagt, die Q1-Zahlen sind draußen. Die geben aber natürlich wenig Aufschluss. Wir haben den Januar und Februar gehabt als relativ normale Monate noch vor Covid-19 und dann den März, wo es erst so richtig losging. Also von daher, ich glaube, die Q2-Zahlen werden sehr viel interessanter werden. Sei es drum, wir schauen uns das an, nehmen das ganz einfach jetzt mal zur Kenntnis und freuen uns darüber, dass die Verluste sich nicht weiter fortgesetzt haben aus den Vortagen. Die europäischen Märkte dürften heute den amerikanischen folgen. Und Sie sehen es hier unten, der Hangseng doch etwas deutlicher im Plus. Schauen wir uns den ersten Chart an, den wir mit dabei haben. Das ist, genau, das ist erstmal eine Übersicht von dem, was wir heute noch zu erwarten haben. Denn wir haben ja auch noch Quartalsaison. Ganz spannend heute Nachmittag, also heute Abend. Das wird Walt Disney sein. Sie wissen, 30 Prozent des Umsatzes stammt unter anderem aus dem Geschäft mit den Freizeitparks. Die sind unten, die sind geschlossen und da laufen die Kosten natürlich weiter. Teilweise wird ja auch Personal vorgehalten. Es sind ja auch schon Tausende erst mal nach Hause geschickt worden. Aber, wie gesagt, ein riesiger Kostenblock, keine Einnahmen dagegen. Jetzt muss man schauen, Disney Plus, die hatten ja als Streamingdienst zuletzt einen irren Zulauf gehabt. Das letzte, der letzte offizielle Wert, war es ein offizieller Wert? Ich denke, es war ein offizieller Wert, 50 Millionen Abonnenten. Also, da wird es sehr interessant sein zu hören, was Disney zu der ganzen Gemengelage zu sagen hat und wie es natürlich auch weitergehen wird. Activision, Blizzard, ganz klar, Games momentan, das ist das, was läuft, vor allen Dingen Online-Games. Das, was zu Hause gespielt werden kann und downgeloadet werden kann. Die haben einen riesigen Punch im ersten Quartal erfahren, also die komplette Branche. Auch das wird spannend. Beyond Meat ist das momentan überhaupt ein Thema, das sich in einer Krise darstellen lässt. Sind die Leute noch bereit, mehr Geld auszugeben für Fleischersatzprodukte oder ist das genau eines dieser Bereiche, wo man dann sagt, naja, das muss jetzt noch nicht sein, das spare ich dann erst mal. Das werden wir auch ebenfalls heute Abend feststellen. Pinterest ist mit dabei, kleinerer Wert. Enphase vielleicht hier noch für die ganzen Solar-Fans. Dann geht es weiter. PayPal ist noch interessant. Square Peloton auf jeden Fall. Da sehen Sie auch momentan die ganze Werbung. Zu Hause trainieren auch eines der Megathemen. T-Mobile ist mit dabei und so weiter. Ah, am Donnerstag nach Handelsende noch Uber. Das finde ich ganz spannend, weil da kann man sich dann natürlich mal anschauen, wie diese Geldvernichtungsmaschinen, wie ich sie ganz gerne nenne, im ersten Quartal gelaufen sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass die echte Probleme bekommen haben, weil wer will da jetzt schon noch in so einen Wagen einsteigen? Sei es drum, das ist der Future momentan, der Mini-Future auf den Dow Jones. Und Sie sehen es, aha, das war gestern mehr oder weniger schwach angefangen. Und dann zum Handelsende, wie gesagt, ging es nach oben. Die Idee natürlich, dass jetzt weitere Bundesstaaten dann folgen werden. Und das Ganze hat sich so ein bisschen hier oben dann auch fortgesetzt. Wenn man sich die vergangenen fünf Tage anschaut, dann sieht das Bild etwas anders aus. Das sah jetzt gerade sehr positiv aus. Aber Sie sehen es, aha, hier, das war einmal die Aussicht auf den Handelsstreit, auf ein Wiederauflammen des Handelsstreites. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Und da ging es erst mal schön um sieben Prozent nach unten, bis wir hier unten tatsächlich so einen kleinen Boden gefunden haben. Seitdem etwa zweieinhalb Prozent wieder hinzugewonnen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir aus der ganzen Nummer irgendwie sauber rauskommen. Der Dow Jones nochmal im Jahresüberblick. Da sehen wir aber auch, es ist nicht allzu viel passiert. Absturz, Covid-19, die technische Gegenreaktion, die sich dann durchaus etwas hier oben stabilisiert hat. Das finde ich ja gut, wenn es nicht nur so eine kurze Aufwärtsbewegung ist, sondern wenn da tatsächlich viele Anleger momentan offenbar der Meinung sind, da kann man gut an den Positionen festhalten. Jetzt wartet man mal ab, wie sich die kommenden Quartale entwickeln. Hertz Global, für die entwickelt es sich wirklich böse offensichtlich. Autoverleiht, das ist momentan ohnehin ein schwieriges Geschäft. Und Sie sehen es, das war natürlich jetzt auch sofort in dem Zusammenhang mit dem Coronavirus, gingen da auch die Geschäfte in die Knie, überhaupt gar keine Frage. Es wurden keine Autos mehr verliehen. So, und die haben jetzt ein echtes Problem. Die haben nämlich einen Teil ihrer Leasingrate nicht bezahlen können. Umsatz ohnehin jetzt nicht so prickelnd gewesen. Und jetzt kommt eins zum anderen. Und was soll man sagen, das Unternehmen hat gesagt, wenn die Verhandlungen, die gerade geführt werden, nicht wirklich richtig schnell abgeschlossen werden können, also die Restrukturierung der Schulden, dann könnte schon am Montag die Pleite, also die Konkursanmeldung letztendlich warten. Das wäre Chapter 11. Das ist also so ein Schutzschirmverfahren, dass das Unternehmen weitermachen kann, aber erst mal die Gläubiger vom Backen hat. Also das könnte bereits Anfang kommender Woche passieren. Bleibt natürlich zu hoffen, dass es jetzt eben am Ende irgendwie doch noch sich jemand findet, der sagt, entweder, okay, wir restrukturieren die Schulden oder es gibt nochmal von irgendwoher eine Kapitalspritze. Übrigens nicht vom Staat, denn dieses Bailout-Programm, also dieses Rettungsprogramm, dafür haben die sich nicht qualifizieren können. Emerson, das hat sich schon wieder so ein bisschen nach oben gearbeitet. Am Vortag noch diese 7% Minus nach den Q1-Zahlen. Aber jetzt scheinen schon viele Anleger wieder gedacht zu haben, okay, minus 7%, naja, dann probiere ich ganz einfach mal. Mein Glück, habe ich es auf jeden Fall ein bisschen billiger bekommen. Das Jammern, hier oben habe ich ohnehin nicht verstanden, die Aktie gelaufen wie angestochen in den vergangenen Wochen. Natürlich einer der absoluten Profiteure der Corona-Krise. Und die Q1-Zahlen haben das nochmal sehr, sehr deutlich gemacht, wer da am längsten Hebel momentan sitzt. Alibaba auf der anderen Seite gestern, obwohl der Markt doch relativ gut gelaufen ist, zum Ende und vor allem die Tech-Werte gut gelaufen sind, die haben etwas schwächer notiert, sind jetzt wieder auf der 200-Tage-Linie. Weshalb? Ja, da brauchen Sie sich nur mal die chinesischen Medien gestern durchlesen, so ein paar Tageszeitungen durchlesen. Die haben nämlich bereits angefangen, zurückzufeuern. Sie wissen vielleicht, Donald Trump ist der Meinung, das Virus stammt aus einem Labor in Wuhan und ist da entschlüpft und hat dann letztendlich für eine Pandemie gesorgt oder zu einer Pandemie geführt. Und die chinesischen Medien haben gestern jetzt mal zum Gegenschlag ausgeholt, verbal. Und das stört natürlich die Angst, dass es hier zu einem weiteren Handelsstreit kommen könnte. Und dann hätten wir so in etwa diese Situation aus dem letzten Jahr, das kennen Sie ja auch noch, die Monate, wo gar nichts passiert ist, weil sich eben die beiden Länder dann mit Strafzöllen gegenseitig eingedeckt und überzogen haben. Der DAX warten wir das ganz einfach ab, aber es sieht ja momentan ganz gut aus. Diese 1067 von gestern, das stimmt natürlich nicht mehr, wir sind ein Schnaps drüber. Bei der 10620 hatte ich vorhin in den Anzeigetafeln gesehen. SAP, da gibt es offensichtlich einige Sicherheitsmängel in Teilen der Cloud-Produkte. Das Unternehmen hat gesagt, das ist jetzt keine große Sache. Das sind Produkte, die dann durch die Zukäufe mit ins Sortiment genommen wurden. 9% der 440.000 Kunden seien betroffen. Es ist auch nicht so, dass es zu irgendwelchen Sicherheitsverstößen gekommen ist, sondern SAP hat das selbst bemerkt und will jetzt innerhalb des zweiten Quartals diese ganzen Sicherheitsmängel letztendlich abstellen. Die Aktie übrigens vorbörsig kaum bewegt, da gibt es kaum eine Reaktion darauf. Ebenso wie bei Vonovia, die haben ihre Zahlen letztendlich gemeldet. Der Gewinn im ersten Quartal 211 Millionen Euro, die Leerstandsquote 2,8%. Und nichts, was einen jetzt aus der Bahn wirft und was man nicht gewusst hätte in Finnian. Die haben ihren Umsatzausblick für 2020 doch deutlich nach unten reduziert, 7,6 Milliarden Euro. Allerdings scheint das durchaus noch in einem Rahmen zu sein, dass die Anleger sagen, da hatten sie eigentlich schlimmer befürchtet, genauso wie die Q2-Zahlen, die jetzt veröffentlicht wurden. Umsatz 1,99 Milliarden Euro. Da waren 1,98 erwartet worden. Und der bereinigte Gewinn 13 Cent je Aktie statt der 0,17. Also das war anders erwartet worden, die Aktie vorbörsig im Plus und noch viel stärker im Plus, weil sie wirklich gute Zahlen gemeldet haben und einen guten Ausblick gegeben haben. Das ist HelloFresh, da geht es vorbörsig direkt um, ich habe vorhin mal gesehen, so etwa 8%. Die bereinigte EBITDA-Marge 9% und viel wichtiger, das Wachstum, das Umsatzwachstum für 2020 deutlich nach oben gehievt worden. 40 bis 55% Wachstum könnten hier rausspringen. Das ist das, worauf die Anleger momentan reagieren. Und Sie sehen es ja ohnehin, HelloFresh, eine der Corona-Gewinner letztendlich gewesen, weil sich halt viele Leute eben nicht mehr nach draußen trauen und sich die Dinge dann nach Hause schicken lassen. Und viele der Kunden, das werden natürlich nicht alle Kunden, die jetzt HelloFresh hinzugewonnen hat, werden dem Unternehmen dann auch verbunden bleiben. Aber ein Teil natürlich, der wird feststellen, das ist eigentlich ganz komfortabel, ich habe auch weniger Müll. Ich nehme das Zeug, packe es aus, mache es fertig und die Sache ist für mich geritzt. Die werden dann natürlich trotzdem zukünftig hier die Erlöse antreiben und das spiegelt sich jetzt ganz einfach in dem Ausblick auch wieder. Also, wie gesagt, sehr interessante Aktie und heute Morgen auf dem Weg natürlich schon deutlich in Richtung 40-Euro-Marke. Naja, 40 Euro ist vielleicht jetzt ein bisschen eich positiv. Schauen wir mal, die Woche ist ja noch etwas länger. Also, das sei es von mir schon gewesen, wir sehen uns am Nachmittag um 14.40 Uhr, dann mit der Vorbörse wieder. Bis dahin, gute Zeit und gute Kurse. Tschüss. Bis dahin, gute Zeit und gute Zeit.